noch keine 40 meter warte so jetzt mal ein wirklich reines eins gegen eins gegen kevin ohne vielleicht mal vier oder drei oder doch wieder hier ich bin radieschen 321 los deswegen hast du mich gekillt bekommen nur deswegen ja hüpfen macht so spaß wenn macht so spaß wenn macht so spaß ja ich war keine ahnung war stimmt ich wollte die kisten damit ja anscheinend war ich genau in der schussbahn bin ich auch es war irgendwo in die vor uns so ist der weiß ich noch nicht musste erst mal geschnitten und gerendert werden wahrscheinlich ja weißt du was ist traurig ich bin ja nicht im raum drin oder so warst du ja auch nicht bei mir schon dein kopf hat rausgeguckt und dein körper karte freie schussbahn was kurz vorm einnehmen hast du mich nicht gesehen oder habe ich zu viel rumgelenkt ich hab dich gesehen ich habe auch drauf geschossen nur so wie es passiert wahrscheinlich wollen schon ja doch voll normal lad das mal bitte vor mittwoch hoch wieso das denn kann ich mir wenigstens noch mal ein schönes spiel angucken bevor ich nach hause fahre ach so und wie scheiße ich so mit laptop spiele meinster das bringt was das sich anzuschauen ja da ist halt nichts und ich falle um und wie cool Positionswechsel Machst du das nie Ich krieg dich nicht runter Ach das kommt noch Idolin Genau Ja was denn Ja schweißen wir die Kid Wahrscheinlich Ja Was denn Jo Das war echt zarschaffen Fall halt nicht um Das war echt Oh oh Das war halt mal fast selber mit der Kanate gekillt Boah das war so knapp Das war so knapp Ich hab deine Lebensleiste gesehen 6% du Spaß Ich sag dir das war so harschar Ich hab so geleckt Ich hab so geleckt Ja Deswegen Fliegen Fliegen Ja guck mal mein Pink Wow Wahrscheinlich One shot Jetzt wird's Jetzt wird's aber Jetzt wird's aber Unrealistisch Hier Mit hoher Pink hat man eine viel bessere Hitze Kann das sein? Glaub ich Glaub ich eher nett Glaub ich eher nett Ja dann ist für die Schüsse Licht richtig connecten und erst verspätet ankommen Hinter der Wand Ja Ja Wenn die Schüsse erst verspätet Verspätet Connecten Dann passiert so Ja das ist alles drin Ja das ist halt der Schüsse an dem hohen Pink Dafür kenn ich ja auch nix Ich war auch schon grad hinter der Wand Ich war einfach nur tot oben Juuu was Wie geht das denn? Ich war einfach nur tot oben Was für ein Pink hast du denn? Du hast einen 300er Pink grad gehabt Was soll das? Du hast einen 300er Pink gehabt Ne 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 Juuu Wahrscheinlich Du hast immer wenn du mich killst so einen fucking hohen Pink Ist das dir schon mal aufgefallen? Jedes mal wenn du mich killst hast du so einen fucking hohen Pink Ja Ja jetzt hast du mich niedrigen gehabt Ja jetzt hast du mich niedrigen gehabt Der 160 Deine und? Ist doch niedrig oder nett Ist doch niedrig oder nett Wann geht das? Ne Dann gemacht ich es nicht Oder livre Scheiß Oh oh Nix tun Okay Ähm Fail Anscheinend ist er als Brent Directory gemacht abort ja er spielt weiter aber skype beenden wieso hatte das da steht beendet was war das was ja ja toll dann internet hat echt seine tage das ist eine 5k leitung was erwartest du hier war ein fest auch in den urlaub ich wurde gezwungen macht keinen sinn urlaub zu fahren wenn du sowieso verzockst und jetzt bleibt auch mal tot danke fragt später noch mal aber ein spannendes match würde ich sagen war irgendwie net kraft aus klaren von hier ist doch klar 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 wie eine klare diese klarheit dass ich klar verliere ist doch klar vor allem ich treffe noch den kopf das internet sagt nee heute nicht ja ist doch nur mal normal normal die fußpilz mein ping wird immer besser genau du teleportierst nicht weg als ob guck mal mein ping ja 542 aber hält sich dafür nicht schlecht das war ich knapp scheiße scheiße das war einmal psychopatisch hässlich behindert gelacht ja jetzt es tut ich wollte dich und du wirst nicht ange geil die lache und die lache wir sind alle heute ja der tag na gut ich weiß gar nicht mehr zu ich bekomme hitmarker 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 oh ja denkst du wirklich die kanate hätte mich welchen universum lebst du denn ich muss deine munition aufgeben ja hast ja nichts dagegen doch ich kann deine munition nicht aufgeben was das denn ach ich war zu langsam ja ja nein ich muss ich muss taktiken position wechseln so richtig taktik weißt du danke 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 ich meinte es ernst ich habe keine Müll hier mehr gehabt und ganz ehrlich ich habe keinen bock mit der rex zu spielen die rex ist gut wenn man eine schlechte verbindung hat ich habe auch nur dann ja ja und wenn man keinen bock hat zu zielen meinster leck ja 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 du hast noch mal 22 gelegt haben kann es nicht warum guck ich eigentlich so zu meiner base will ich ach egal ich bin ja irgendwie grad bisschen baller und bist du noch da hallo ja ja hallo what the fuck du gibst mir noch schaden auf wo ich in deckung bin bestimmt ich strebe ich im kreis und decke alle seiten ab weißt du was lustig ist an meiner spielart meine position ist nicht vorhersehbar das macht mich zu einem schwierigen gegner nö die ist besser als deine ist eine kh die ich mag keine kh nein ist auch keine wir brauchen wir brauchen wir brauchen das ist einfach Seit wann treffe ich so gut? Kevin? Ich krieg die nicht mehr runter. Ich war noch fast tot. Du hast aber gar keinen so schlimmen Ping jetzt mehr. Achso, ich habe vergessen, dass ich ja Positionswechsel machen muss. Das machst du an Dauern. Ja, deswegen bin ich ja so umbrechenbar. Jetzt bist du aber auch nicht gestorben. Muss ich ja nicht jedes Mal, ne? Wie meinst du? Ich denke nur schon jedes Mal sterben. Der war jetzt schön. Muss ich ja jetzt nicht jedes Mal, baust du uns. Ich will ein Rematch, wenn ich wieder in Deutschland bin. Bekommst du. Ja. Weil das sehe ich ja hier gar nicht ein. Dein Ping ist aber noch stabil. Achso, Positionswechsel. Ich vergesse das immer wieder. Brauchst du mir nicht andauernd zu sagen? Jetzt ist mir doch scheiße, ob du das weißt. Du kannst ja eh nicht ja auch vorher nicht raten, wo mein Sport ist. Aber ich verstehe, ich war Quatsch. Meine Position ist, was ich dir nicht woanders bin. Ich kann deine Position riechen. Wahrscheinlich. Ja, was? Du bist nicht tot. Ich stehe immer noch auf der Position, wo ich dich gekillt habe. Ich komme nicht voran. Oh, das finde ich gut. Ich kann mich nicht bewegen. Das finde ich war gut. Soll ich dich von deinem Leid erlösen? Soll ich dich von deinem Leid erlösen? Komm, ich erlöse dich von deinem Leid. Vor allem, du bist im Headglitch, ne? Ich fahre unter Paper, da hätte es Paper kaputt schießen können. Du warst im Headglitch. Du warst im Headglitch. Du warst, warum gucke ich eigentlich schon wieder zu meiner Base. Bin ich eigentlich irgendwie behämmert? Ja, damit es so aussieht, als wenn du behämmert bist. Ja, damit es so aussieht, ob könnte ich nichts. Ja, ja. Ich denke, das Gewitter ist an der Leitung schuld. Ja, ja, ja. Das ist immer Gewitterschuld. Ich komme einfach nicht voran. Ich bleibe immer auf der Stelle steht und bagge hin und her und zurück und nach vorne. Und whatever. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, guck mal, mein Peer. Oh, guck mal, ich kann Granaten spammen und ich habe nur eine. Ja, ist doch geil. Oh, das war dumm. Ich habe nicht nach einem Feind geguckt. Einfach drauf losgeraten. Ich bin einfach am rumlegen. Guck mal, mein Ping. 186. Mein Freund. Ach, dein Faul. Mein Freund, das neue Ö-Punkt erzielt. Ich komme nicht von der Mülltonne weg. Was ist das? Ja, du wohnst halt in der Heelszolle. Oleg, das war da, weil es viele hits, die ich gebraucht habe. Oleg, guck mal, mein Ping. Ich weiß. Das war der Blitzschuld. Ja, wahrscheinlich. Der hat dir gerade Internet gegeben. Ja, mein Internet ist back. Weißt du, der hat so eine Überladung in den Server gemacht, der ist da einmal kurzfristig, extremst hohe Leistung hat es. Weißt du? Ich habe aus der 5K eine 500K gemacht, ne? Ja, Blitz hat Gott-Modus an. LOL. Ich denke, du kannst mich nicht so schnell killen. Denke ich auch. Ja, dachte ich auch. Ich glaube, ich muss mal wieder taktikal spielen. Nach der Runde bin ich Essen machen, ne? Wahrscheinlich One-Shot. Das war kein One-Shot. Nein. Nein. War es auch nicht. Bloß nicht. Ich kann es auf der Aufnahme gucken, wie Schüsse ich ausgegeben habe. Die Frage ist, wie viel hast du getroffen, nicht wie viel du ausgegeben hast. Ja, ich habe mehrere Hitmarker bekommen, wie jetzt gerade. Das war einfach eine Kugel. Also laber nicht. Ach, laber nicht so ein Käse. Du bist ein Hexer. Laber nicht so ein Käse. Du hast mich zehnmal mehr gekillt. Laber nicht so ein Käse. Ich gebe dir gleich Leberkäse. Iiiiih, das schmeckt bestimmt schrecklich. Loll. Was? Hey, hier ist ein wenig Käse. Ach, laber nicht so ein Käse. Doch. Jetzt geht's auf einmal rein nach dem einen Blitz, hä? Irgendwie schon und der Pink geht wieder runter. Yeah. Jo, wahrscheinlich. Jo, wahrscheinlich. 68, Loll. Da Pink geht ja wirklich wieder runter nach dem Blitz. Der Blitz hat's Glück gegeben. Oh, Junge, der geht immer weiter runter. Yeah. Jo, wahrscheinlich. Jetzt kommt der Retournet-Blitz. Jetzt wird nochmal so umgestellt. Das ist halt echt so. Guck mal, Pink. Guck mal, Pink. Ja, sag dich doch. Der Retournet-Blitz. Halt dein Maul. Nice. Da war ich schon wirklich rein. Oh, Mann. Das war ein dummer Eingedanke. Ja. Das ist halt so, Alter. Boah. Ich war gerade voll am Pennen. Ich hab echt gar nicht mehr reagiert. Und der Blitz hat dich getroffen. Ja, ich wurde beim Scheiße-Top-Blitz getroffen. Da hatte ich Scheiße nur so gedampft. Renn halt schnell durch wie so ein Zigeuner. Findest du? Ich finde auch, dass ich ein Zigeuner bin. Ach, ich kann dich... Ich kann dich doch jetzt nicht gewinnen lassen. Ja, dein Ping wird wieder besser. Der Blitz macht Salz. Der war nicht gezielt. Ja. Labern jetzt so, Käse. Ich geb dir gleich Schinken, Junge. Okay. Ich mach Schinken sowieso lieber. Ich geb dir gleich Schinken, Käse. Ist auch lecker. Jetzt spawnt der da nicht. Wie seh ich denn aus? Ich glaube gut. Ja, das will ich ja mal Klack behaupten. Denkst du, das macht mir was? Der Returned Blitz! Der Ping war schuld. Der Ping ist immer schuld. Francis, hallo. Wie geht's dir so, Francis? Was, du bist nicht tot? Ne. Ich hab mich durchgeleckt. Was? Jetzt bist du aber tot, Junge. Ich krieg gleich einen Anfall. Hast du den nicht vernext? oh der returner blitz und nur dann ist schlechter geworden ich muss nicht ich muss nicht ich muss nur halten wenn ich wirklich das beeindruckt mich und wie ja jetzt bieter mit der alka kannst du mal erzählen wie 132 was ist das wird ein spannendes match alles klar ich habe die flagge doch schon ja wahrscheinlich wahrscheinlich oder ich gewinne noch ich gewinne noch das werde ich nicht zulassen was kriege ich will doch wette nicht ist auch keine wette mir scheißegal ist wie eine wette das verstößt gegen meine prinzipien ich wette grundsätzlich nicht wir kommen ja morgen 12 uhr auf dem parkplatz das ist das nicht schön so fühle ich mich die ganze zeit das ist so ein tolles gefühl mal auf den arsch setze verliere ich ja wirklich noch gegen ja der peinlich ja sehr das ist sehr geil was ist francis oh mein gott oh mein gott jetzt kommt blitz das heißt dann allerdings recht was heißt ich habe eine geringe chance da ist auch schon der kamera sehr spät dann ist er weit weg ja ja no way no way man ich muss nicht NEIN BACKSLIP ich muss nicht picken im gegensatz zu dir ach meinst du das ich weiß was ja komm einfach mal reinsprayee ohne zu zielen er macht mich trotzdem ich hab doch gezielt ja 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 das hätte gott das umfährt am schlechten fängern vorteil da ist ja eigentlich im grunde genommen auch so es ist auch ja also jetzt kommt ein blitz dann fest im flitz doch bestimmt ja gewinnt das nicht ich wirst wie ich kann nicht mehr sparen oh ja das finde ich schön wir kommen wir kommen und auch gar nichts vor ist doch schon längst bei der flagge und doch ich kann ihn nicht eingehen junge ja wohl bist du bei der flagge du lügner ich weiß nein 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 das mache ich jetzt noch junge man ist das ist das ein spannendes match ich glaube ich kriege ein herzen kassball bist du später noch mal online ja so können wir später ja noch mal spielen nachdem ich gegessen habe ich mache es gleich auch erst mal amerikanischen food wie ich es wusste dass du drüber sprichst wie ich es wusste aha geil 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 ich gewinne noch ja nein nein ich muss noch sparen junge versuchst man ja ja und halt jetzt schon gespawnt kranker scheiß kranker scheiß was du triffst du wahrscheinlich ja ja nein das lass ich nicht zu wir spielen und im allerletzten prozent und im allerletzten ticket spielen wir jungen ich sag's dir das lass ich nicht nein so wird es nicht enden nein das seh ich nicht ein nein 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 das seh ich nicht ein ich mache jetzt richtig freudig ist mir scheißegal du freudiger und jetzt blitzt es ju wahrscheinlich jetzt hast du deine hax angemacht ja die hexen nein das lass ich mich zu ich bin um den letzten prozent ich sag's dir jetzt so den admin anschreiben lass mich mal gewinnt ich bin um den allerletzten prozent willst du mich gerade verarschen ich hab dir so viel reingedrückt und du eine kugel jetzt werden one shots verteilt was du kannst kann ich noch länger trotzdem hab ich den längst und tot ässer ja wir spielen mit allerletzten prozent ich sag's dir ich sag's dir das wird ein match da wirst du morgen kühe fliegen sehen da wirst du morgen denken du hättest gesoffen du hättest gesoffen und jetzt komm ich nicht vom sporn weg ich hab dir doch gerade eine chance gelassen ich glaub ich werd nicht mehr ich glaub die kühe werden scheißen heilige kuh blitz rette mich hey runter 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 ah da ist er der schlinge ja ich ja ich schlinge oh shit oh ja oh nein ich sag's dir ich war's spannend Joga das ist ein match willst du mich gerade verarschen nein ich will dich rollen ok eine chance hab ich jetzt noch wenn ich das nicht schaffe dann niemals jetzt geh ich einfach rein es ist vorbei vorbei ne doch hast du ja ne chance ne bei sieben tickets kann ich nicht mehr einnehmen es ist vorbei es ist vorbei 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 es ist vorbei ich hab verloren nö 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 jetzt versteckt er sich das haben sie nicht was ist dann ha du hast mich pussy genannt du hast mich pussy genannt hes für hong er ist mirobilird gegif hehehe hes für hong